Einen wunderschönen guten Tag, ihr Plastikschmenzenden Hasen, zu einer weiteren Folge des Make-O-Rama 3D-Druck-Podcasts. Heute habe ich den Steven vom Cry-Team bei mir und wir wollen heute mal über das Thema, naja, was muss man beachten, wenn man mit dem 3D-Druck-Thema anfängt und was sollte man entsprechend tunlichst lassen, beziehungsweise höfige Anfängerfehler. Und damit herzlich willkommen, Steven. Hallo an die Leute da draußen und die Zuhörer. Steven, für die, die dich nicht kennen, sage ich immer zu den Leuten, stellt euch doch mal bitte vor, zu meinen Gästen im Podcast. Magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, bitte? Na klar, ich bin Steven vom Cry-Team. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Wir bestehen aus mehreren Leuten und sind auch dabei, in dem 3D-Druck-Tutorials zu erstellen und auch Hinweise zu geben, wie man mit gewissen druckspezifischen Schwierigkeiten umgehen kann. Wir haben noch ein zweites, kleines oder größeres Standbein auf unserem Kanal. Das ist das Thema Smart Home. Das macht ein anderes Teammitglied mit uns. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um das Thema 3D-Druck. Genau, das ist ja schon an sich schon komplex und weitläufig genug, sage ich mal so. Ähm, wo würdest du denn, wenn du jetzt heute nochmal neu starten müsstest, anfangen? Und was würdest du jemandem mitgeben, der, ich sage mir mal so, komplett neu anfängt? Also jetzt zum Beispiel habe ich meinen Nachbarn, der kriegt bald den SK-1. Sobald ich den mal treffe, dass der dann den SK-1 bekommt. Was würdest du dem mitgeben, wenn du jetzt weißt, okay, der hat noch gar keine Erfahrung? Da würde ich einfach ein bisschen ausholen, wo ich angefangen habe. Das ist auch noch nicht so lange her, 2020. Da kamen ja die ersten Fertigdrucker schon mit auf den Markt. Da musste man sich nicht mehr sozusagen den 3D-Drucker selber bauen. Aber das war noch die Zeit, wo die Hersteller einfach den Drucker auf den Markt geschmissen haben und softwareseitig gesagt haben, macht mal selber. Wir geben euch keine Profile und kein gar nichts. Das ist jetzt in der heutigen Zeit schon anders. Die Welt wird ja ein bisschen breiter. Das Problem ist aber, dass die Hersteller alle ihre eigenen Lösungen bauen. Es macht aber für den Einsteiger das etwas benutzerfreundlicher, dadurch, dass es mit den Insellösungen natürlich spezifische Profile und Slicer gibt. Macht aber die Entscheidung auch nicht einfacher. Es gibt ja einige Hersteller, die auf dem Markt in den letzten Jahren präsenter geworden sind, die ja auch ganz gut sind. Aber eine Entscheidung jetzt zu finden, das ist, denke ich mal, sehr spezifisch und kommt erst mal darauf an, wie viel Geld will man in dieses Thema überhaupt investieren. Will man lieber direkt einmal teuer kaufen und hat dann die Ruhe? Oder will man erst mal etwas weniger Geld investieren, um zu schauen, ist das ein Hobby, mit dem ich mich länger beschäftigen will? Und da kommt es vermutlich darauf an, was das preisliche Budget ist, in welcher Klasse wir uns bewegen. Und dann gibt es, denke ich mal, in jeder Preisklasse einen Drucker, den man mehr oder weniger als Startdrucker empfehlen kann. Absolut. Ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter nach vorne gehen, weil ich würde erst mal festlegen, was möchte man denn überhaupt drucken? Da muss ich erst mal Gedanken machen, was möchte man drucken? Denn ich denke mal für jemanden, der sagt, okay, ich kenne einige, die halt ins 3D-Drucken gekommen sind, weil sie halt viel mit Tabletop-Figuren zu tun haben. Für die ist es natürlich ein FDM-Drucker erst mal gar nichts. Ja, da würde ich, klar, man muss so oder so immer gucken, was passt ins Budget, was ist man gewillt auszugeben. Aber da sollte man sich vielleicht auch schon direkt zu Beginn überlegen, was für einen Drucker nehme ich mir dann überhaupt? Nehme ich einen SLA- oder MSLA-Drucker, wie zum Beispiel den Elogomars oder den Frozen Sonic Mini 8Ks, die schon recht günstig sind und auch gut sind? Oder gehe ich lieber in den FDM-Bereich, weil ich größere Objekte drucken möchte? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da sich erst mal einen Kopf drum macht halt entsprechend. Ja, auf jeden Fall. Die Einschränkung jetzt zwischen Druckerart, die hatte ich jetzt komplett aus dem Auge verloren, weil wir uns oder ich mich auch auf die FDM-Drucker spezialisiert habe, weil die Resin-Drucker von dem Umgang schon ein paar Schwierigkeiten mitbringt, die insbesondere, wenn man das als Hobby betreibt, vielleicht von den Sicherheitsanforderungen oder von den Rahmenbedingungen vielleicht unterschätzt und dann doch gesundheitliche Nebenwirkungen auftreten, insbesondere das Kunstharzt. Da muss ja schon etwas Vorbereitung getroffen werden und die Rahmenbedingungen passen, was beim FDM-Druck jetzt auch bei einigen Materialien natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber nicht ganz so gesundheitsgefährdende Auswirkungen haben können, als wenn man jetzt irgendwie mit einer naiven Sichtweise den Resin-Druck starten will, ohne es sich vorher großartig gelesen zu haben. Absolut, ja. Das war ja auch meine Kritik an dem, ich sag mal, Einstiegsdrucker, dem G-Tech Alkaid, der so günstig ist für 99 US oder was wir damals gesagt haben auf der Webseite. Klar, der kostet dann hier in Europa noch mal ein bisschen mehr, aber der ist halt extrem günstig, Druck dafür schon ganz gut, weil es halt veraltete Technik ist in dem Sinne, also ist nicht böse gemeint, aber halt Technik mit dem Stand von vor ein paar Jahren. Und das lockt natürlich auch viele Leute überhaupt mal ins Hobby rein, die dann vielleicht sich erstmal gar keine Gedanken darüber machen, was das dann für ein Rattenschwanz an Vorkehrungen überhaupt mit sich bringt, die man treffen muss, damit man da ordentlich drucken kann, vor allen Dingen sicher drucken kann. Ja, da will ich auch die Personen jetzt nicht vorverurteilen. Nein. Man kann das auch im Zweifel nicht wissen. Also Resin, das sieht aus wie eine Flüssigkeit. Richtig. Wo man denkt, ja, so schlimm ist das gar nicht, wenn die auf die Haut kommt und wenn die irgendwo hinspritzt oder im schlimmsten Fall, wie in einigen Videos ja mal gezeigt wurde, schüttet man den Rest dann einfach in den Abfluss. Nein, so ist es nicht. Da sollte man wirklich auch die Hinweise geben. Das ist, denke ich mal, wenn die ganzen Drucker aus dem europäischen Raum hergestellt wurden, wären in den Anleitungen auch ausführlich beschrieben. Aber dadurch, dass ja großteils viele asiatische Hersteller sind, da sind die Anleitungen sehr kurz gehalten, vielleicht auch schlecht übersetzt. Und wer sich da vorher nicht damit beschäftigt, der kann da wirklich ganz schnell Schäden an seiner Haut generieren, die man vermeiden könnte, wenn man sich da mit auseinandersetzen würde. Richtig. Das ist auch kein Vorwurf den Leuten gegenüber. Ich muss das ja selbst am Anfang auch lernen. Ich habe mich halt am Anfang noch mal sowieso, wie mit jedem Thema, intensiver noch mal auseinandergesetzt, als es vielleicht jeder üblich sonst so weise macht. Aber das macht halt nicht unbedingt jeder, weil man auch erstmal vielleicht, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber vielleicht einfach noch nicht so an das Thema rangeht, weil man noch nicht so die Erfahrung einfach hat. Und dann muss man herangeführt werden. Das ist das, was du meinst, halt durch die Hersteller. Da muss ich auch sagen, da hat auch G-Tech auf Basis meiner Kritik, dass ich gesagt habe, hey, das Beispiel, sorry, muss ich immer wieder bringen. Die haben es mittlerweile von der Webseite genommen, als ich das denen dann erklärt habe. Aber die hatten am Anfang halt jemanden gehabt mit dem Water-Washable Resin, der ohne Handschuhe da steht, das Zeug unter dem fließenden Wasser in Waschbecken, in der Küche einfach so abwischt und den Rest einfach in den Gullern kippt. Wo ich sage, nee, das ist Handschuhe an, Schutzbrille an, Atemschutzmaske an und das Ganze nicht einfach unter flüssigem Wasser, sondern halt in einem separaten Container. Und der Container, wenn er dann entsprechend kontaminiert ist mit der Flüssigkeit, zum Sondermüll. Punkt. Das muss aber jemand erstmal lernen. Das muss man auch mal gezeigt bekommen. Wenn einem das keiner zeigt und man diese Informationen nicht bekommt, da sind auch wirklich dann die Hersteller gefragt, dann ist das natürlich schwierig. Und das ist die Sorge, die ich da mal beim Einstieg manchmal habe. Ja, besonders, weil das ja jetzt alles Geräte sind, die man vor 10, 15 Jahren vielleicht nur in einem Unternehmen vorgefunden hat. Und dort ist der Arbeitgeber ja aufgrund des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit ja in der Pflicht, seinen Arbeitnehmern oder seinen Arbeitern das zu erklären, was er zu tun und zu lassen hat. Und hier kann sich jeder Hobbyist ein Gerät und eine Maschine, das ist ja im Endeffekt eine Maschine, bei dem FDF-Druck, die ja auch aufgrund der Bewegung und Geschwindigkeiten und Kräfte ja auch physischen Schaden ausrichten kann. Und da muss man sich sozusagen selber informieren, weil sozusagen die Komponente Arbeitgeber hier jetzt einfach wegfällt. Richtig. Da ist auch zu beachten, also ich glaube, die meisten, das sage ich auch jedem, der mich immer fragt, mit was fange ich an? Jetzt mal im Thema FDM-Druck. Ein Thema ist zum Beispiel Materialauswahl. Weil ich kenne schon einige, die gesagt haben, ja, ich habe mir den Drucker bestellt. Das war jetzt auch schon ein paar Jahre her. Damals war es noch ein Ender 3 V2 oder so in Richtung. Und ich habe mir gleich mal eine Rolle PETG und eine Rolle ABS mitbestellt. Da muss man natürlich auch mal in der Hinsicht, gut, die machen ihre Erfahrungen. Da ist es jetzt nicht so schlimm halt entsprechend, wenn sie halt merken, okay, der Druck löst sich von der Druckplatte, weil das ABS einfach im offenen Bauraum nicht so gut hält an der Druckplatte. Aber was würdest du jemandem empfehlen, wenn er jetzt anfängt mit FDM-Druck? Wir schießen uns jetzt einfach mal auf FDM-Druck ein. Was würdest du jemandem empfehlen, wenn er da jetzt in die Richtung geht? Wo soll er starten? Muss er sich jetzt unbedingt den teuersten Drucker kaufen? Muss er sich unbedingt das teuerste Material kaufen? Oder wie würdest du herangehen an das ganze Thema? Da würde ich auch noch mal ausholen, weil ich versuche gerne, die letzten Jahre mit einzubeziehen, weil die Personen, die jetzt Erfahrungswerte haben, die sind ja zu einem ganz anderen Stand des 3D-Druckes ja eingestiegen. Vor zwei, drei Jahren waren die Drucker ja verbreitet, die eine offene Bauweise haben. Da war das auch noch schwierig, gewisse Materialien wie ASA oder ABS überhaupt drucken zu können, wo viele gesagt haben, okay, mein Drucker ist auch nur für PLA und PDK ausgelegt. Da bestand das Risiko noch gar nicht. Aber jetzt mit den Druckern, die derzeitig auf dem Markt sind, wie von Quality, der K1 oder auch der Bambu Lab, das sind ja eingehauste Drucker, die direkt dafür auch konzipiert wurden, solche Materialien zu drucken. Und da kann es auch sein, wenn man da als Anfänger einsteigt, denkt man, oh, das ABS und das ASA hat irgendwie die Eigenschaften, die ich brauche und prüft aber nicht, welche Nebenwirkungen damit einhergehen. Das ist vielleicht vor zwei Jahren, wenn man da mit PLA angefangen hat, hat man sich ja nebenbei immer weiter belesen und dann ist man auch auf die Probleme. Können wir ja später nochmal eingehen bei ABS, besonders zum Thema Filter, was du ja auch in den letzten Videos gezeigt hast. Nochmal näher eingehen. Also mein Tipp für Anfänger, fangt mit PLA an. PLA ist sowohl von der Herstellung als auch von der Entsorgung und den Eigenschaften, die beim Druck entstehen, mit die sicherste Bank, wo man sagt, selbst wenn man das erstmal zu Beginn vielleicht sogar, wenn man keinen Platz hat und nur eine Zweiraumwohnung hat, vielleicht im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer nutzt, wo man sagt, okay, mit einem offenen Fenster oder einer ordentlichen Belüftung entstehen da grundsätzlich keine Probleme, weil das PLA jetzt keine giftigen Dämpfe an sich produziert und das Material aufgrund seines Herstellungsprozesses, es sei denn, es ist irgendein ganz exotisches PLA, sozusagen auch keine, nahezu keine Giftstoff enthält und eventuell gibt es sogar Hersteller, die das irgendwie auch schon biologisch herstellen können, sodass man sagt, davon geht von diesem Stoff auch gar keinerlei Gefahr aus. Ja, absolut, absolut. Du sprichst das Thema an mit dem Enclosure, mit der Filteranlage von Alveo, was ich jetzt in letzter Zeit veröffentlicht habe, absolut. Da muss ich auch sagen, sehe ich auch einen Unterschied zum Beispiel mal zu einem Filter von dem Enclosure, was da noch steht, im Vergleich zum X1 oder zum K1, dass die Filter da einfach unterschiedlich sind. Also der von Alveo ist richtig, richtig schön fett und dick, wo einiges entsprechend an Aktivkohle- und HEPA-Filter noch an Filtermaterial dazwischen ist, während es beim, naja, beim K1 muss man oder beim K1-C muss man halt diese Filterpartikel, diese Aktivkohle-Filterteile, die kann man halt an einer Hand abzählen schon fast, weil sie halt komplett lose drin liegen und nicht wirklich viel filtern, ja. Das ist durchaus ein Punkt, ja. Absolut. Und die Dokumentation zeigt ja auch großartig nicht auf, wann diese Aktivkohle gewechselt werden muss. Ja. Kann man ja auch vergleichen, jeder wird in seiner Küche eventuell eine Dunstabzugshaube haben und dann kann man ja mal drüber nachdenken, wann hat man selbst die Aktivkohle dort ausgewechselt und hat die überhaupt noch ihre Funktion und so ist es beim 3D-Druck genauso. Mhm. Ja, da denkt auch keiner dran. Das ist auch bei den selbstgebauten Druckern, da weiß ich jetzt halt aus dem Interview mit MetiU, dass jetzt zum Beispiel mal im Bereich Clipper sowas dazukommt, dass man nicht nur die Filter, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch Wartungsintervalle mit Schmierung und sowas in Richtung von den Linearschienen halt nochmal dazukommen soll. Wann und ob und wo und weshalb, deswegen weiß man noch nicht, aber das soll halt auch nur auf Basis von Druckstunden dann kommen, dass so eine Warnung im Display erzeugt wird. Aber das sind natürlich auch schon sehr spezifische Probleme, die man da hat. Ist aber auf jeden Fall sinnvoll, weil wir da auch zu dem nächsten Thema kommen oder Anfängerfehler, wenn man sich normal als normale Person ein Gerät kauft, läuft das und irgendwann ist es kaputt und dann kauft man ein neues und man geht davon aus, wenn das Gerät so lange das läuft, funktioniert das auch. Das ist bei einem 3D-Drucker, der eine komplexe Maschine stellt, natürlich nicht so. Jeder Handwerker, Ingenieur oder Techniker weiß, dass die Maschine gewartet werden muss, sei das durch Austausch von Komponenten oder durch Schmierungen etc. Das wird hier auch bei vielen vergessen. Es gibt auch die Meinung oder den Mythos, dass gewisse Drucker unendlich viele Stunden drucken können, die sozusagen verschleißfrei sind. Nein, jeder Hersteller anhand der Komponenten, die natürlich verbaut sind, jeder Drucker muss gewartet werden nach einer gewissen Zeit. Und auch die stärksten oder hochwertigsten Drucker im Hobbybereich, die haben nach 2.000, 3.000 Stunden halt die erste Wartung hinter sich. Bei den günstigeren Einstiegsdruckern vielleicht noch eher, weil da etwas billigere Materialien verwendet wurden. Absolut, ja. Absolut. Was würdest du denn jetzt sagen, also ich hab jetzt zum Beispiel mal bei mir war es jetzt ein Prusa i3-Klon. Also nicht ein Original, sondern ein Prusa i3-MK2-Klon. Das war ein Hiktop i3. Damit hab ich jetzt angefangen. Ganz einfach deswegen, ich hab gesehen, in der Agentur damals vor über 10 Jahren stand ein MakerBot und ich gedacht so, oh ja geil, will ich auch haben. Und dann hab ich geguckt, was die Dinger kosten, hab ich jetzt mir fast die Kinnlade runtergefahren. Ich mein, die Premium-Modelle vergleichbar mit den damaligen MakerBots sind jetzt nicht wirklich günstiger geworden. Aber wir haben statt diesen ganzen Kits jetzt halt auch Einstiegsmodelle, wie zum Beispiel ein Ender 3, V, 3KE oder SE. Wir haben von Andy Kubik die Cobra-Serie, die ganz gut ist. Elogo hat die Neptun-Serie. Was würdest du denn sagen? Eher auf den Bettschubser gehen? Oder würdest du schon gleich sagen, nee, lieber ein bisschen mehr investieren und dann, was weiß ich, so ein Flashforge Adventure 5M oder so ein K1 oder irgendwas in der Richtung sich zulegen, damit man gleich gerüstet ist für die Zukunft? Das ist schwierig. Also ich hatte den Vorteil, vor zwei Jahren gab es noch keine so große Auswahl. Ich habe mit dem Anycubic Viper angefangen. Das war, glaube ich, der Drucker neben den Ender 3, der sozusagen den 3D-Druckmarkt ein bisschen erobert hat, weil er sozusagen auch in dem deutschen Markt auf vielen Seiten dargestellt wurde und vom Preis so attraktiv war, dass man sagen kann, mein Gott, wenn, dann verkaufe ich eine wieder, wenn mir das Hobby nicht gefällt und wenn nicht, stell dann eine solide Basis dar. Anycubic ist meines Erachtens in dem unteren Preissegment angesiedelt, hat aber solide Drucker. Man kann die jetzt nicht mit hochpreisigen Druckern vergleichen. Das ist vielleicht auch wieder so ein Anfängerfehler, wenn man sich mit Experten unterhält. Natürlich kann ein 200-Euro-Drucker nicht den Funktionsumfang bieten wie letzten 1.600 Euro. Soll er auch gar nicht nehmen. Der Hersteller Bamboo hat mit seiner A1-Serie aber ziemlich den Markt auch bei den Bettschubsern aufgeräumt, weil das auch Kampfpreise sind und im Vergleich von dem geringen finanziellen Aufpreis man unter Umständen auch mit der Software oder mit der Insellösung, die Bamboo für die Einsteiger vorsieht, man jetzt ganz schwierig noch andere Hersteller irgendwie beiseite ziehen kann. Anycubic kann es trotzdem noch empfehlen. Mit der Cobra 2-Serie, mit dem ersten Modell haben die ein bisschen daneben gegriffen. von der Namensvergabe ist das auch schade, weil der Cobra 2 ein älteres Modell ist und die haben dann mit dem Cobra 2 Pro Plus und Max dann sozusagen eine neue Generation eingeläutet, die auch im Hintergrund so eine Art Clipper-Firmware hat. Müssen wir vielleicht nachher nochmal erklären, was Clipper ist. Gerne. Kann ich jeden, ich habe den Cobra 2 Pro getestet, kann ich jeden empfehlen. Insbesondere, weil ich das Modell jetzt einem Arbeitskollegen abgegeben habe, der vorher sich mit dem 3D-Druck noch nie auseinandergesetzt hatte. Ich hatte ihm meinen Viper am Anfang gegeben zum Testen. Der war ein bisschen komplexer mit dem Startmakro, weil ich den auch auf Clipper umgestellt hatte. Mit Marlin mag das vielleicht einfacher sein. Er hat aber das Thema dann nach kurzer Zeit verworfen, weil es doch ein bisschen zu komplex war und zu frickelig. Mit dem Cobra 2 Pro jetzt hat er keinerlei Probleme. Schmeißt einfach eine Druckdatei in den mitgelieferten Anycubic Slicer, reicht für die Einsteiger mit den Basisfunktionen auch aus und schickt es an den Drucker und der Drucker druckt das dann aus. Das sind natürlich jetzt keine komplexen Sachen, die er in dem Einsteigerbereich oder als Anfänger druckt, sondern eher Deko-Objekte oder vielleicht ein Halter für eine Bohrmaschine oder irgendwas, wo es auch nicht auf die Millimeter genaueste Maßhaltigkeit kommt. Aber so kann man sich gut auch in den Bereich mal reinfitzen, weil man dann sozusagen nur die Komponente Filament und vielleicht Slicer hat, weil die Hardware ganz gut funktioniert und ganz gut abgestimmt ist zu der Software, die im Hintergrund läuft. Im Vergleich zu einem Selbstbaudrucker hat man ja neben der Slicer und Filament und Modellkomponente ja auch noch eine Hardwarekomponente, die für Fehler versorgen kann. Absolut. Also wenn ich jetzt überlege an die Vorone halt, bis ich das abgestimmt hatte, die Komponenten, die ich verbaut habe, weil man natürlich bei so einem kompletten Selbstbaudrucker natürlich bestimmen kann, was baut man alles an Bauteilen jetzt wo ein, zum Leveln, für das Hotend und 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 und. Da ist natürlich auch nochmal die Konfiguration ein ganz großes Thema. Ja, das wird auch nochmal eins sein bei meinem 2.4, 300, der hier hinten steht. Da wird das ein ganz großes Thema sein, da freue ich mich auch schon drauf, dass dann entsprechend in den nächsten Wochen irgendwann mal durchgehen zu dürfen. Ja, insgesamt, klar, du hast jetzt die Anycubic, den Pro getestet, den Anycubic Cobra Pro 2, genau, kann ich auch so ähnlich für den Ender 3 V3 KE und den Ender 3 V3 ähnlich bestätigen. Die Dinger stellst du halt einfach hin und die laufen erstmal. Das ist das, also den V3 KE habe ich ja jetzt ins Jugendzentrum hier in Fribourg gebracht und da muss ich einfach sagen, ja, das Ding läuft bei denen und die drucken damit auch ein paar coole Sachen und das ist für die Kids halt einfach zu benutzen. Die schmeißen einfach das Zeug, was sie sich vielleicht auch noch maximal in TinkerCAD designt haben, in den Slicer rein, schicken das an den Drucker und der Drucker druckt das einfach nur. Ist schon ziemlich cool und muss ich sagen, das lockt natürlich auch mehr Leute ins Hobby rein und damit wächst das Ganze ja auch, was ja schön ist, wo ich mich echt drüber freue. Und ja, Bambu hat mit seiner A1 Serie durchaus den Markt absolut aufgemischt. Das mag ich gar nicht abstreiten. Ich bin jetzt persönlich, wenn ich habe den X1C da hinten stehen, so ganz hundertprozentig zufrieden bin ich mit ihm nicht, aber bin ich mit keinem Drucker. Ja, bin ich mit keinem Drucker, um ehrlich zu sein. Den perfekten Drucker gibt es einfach noch nicht. Also wer das erwartet, den mag ich gleich den Zahn ziehen und sagen, da musst du noch lange warten, weil den gibt es einfach noch nicht, weil den musst du dir selber bauen. Was man vielleicht für Einsteiger, was für Mission-Kriterium war und wo sich unsere Community dann auch aufgetrennt hat, viele sind bei uns auf unseren Kanal damals gekommen, weil sie den Anycubic Viper hatten. Die eine Gruppe hatte Spaß am Basteln gehabt und die andere Gruppe wollte einfach nur drucken. Die, die Spaß am Basteln hatten, sind dann eher in die Richtung Woron gegangen, weil man natürlich durch die Community-Modifikation einfach Spaß hat, das Ding noch bis ins Letzte zu modifizieren und die, die sagen wollen, nein, ich habe da vielleicht sogar ein Gewerbe dahinter stehen, bei mir muss der Drucker laufen. Die haben sich dann doch relativ schnell für den Bampu entschieden und das ist vielleicht auch ein Entscheidungsgrund, wenn man dann diesen Einsteiger-Drucker verlässt, zu sagen, was will man denn machen? Will man die Möglichkeit haben, zu verändern, zu basteln, mit der Software zu spielen, sich neue Sachen einfallen zu lassen, dann sind natürlich so eine Insellösungen oder so eine proprietären Systeme natürlich schwierig. Wer aber sagt, nee, ich möchte den Drucker kaufen, hinstellen und ich setze meine Arbeitszeit in das Design von Objekten und will nicht noch nebenbei irgendwie an dem Druckprofil tüfteln, der ist vielleicht zur Zeit einfach mit anderen Druckern wie Bampu, was unsere Erfahrungswerte auf den Discord zeigen, dort besser bedient. Aber man ist natürlich auch eingeschränkt, aber mit der Einschränkung kommt halt natürlich auch eine leichtere Nutzbarkeit zustande, weil ohne mehr Features kann man auch weniger Fehler machen. Ja, absolut. Absolut. Das ist halt das, dann wird man quasi, das habe ich in dem Video auch gesagt, über das Review von dem X1C, man wird quasi von dem Kauf oder von der Idee, die man drucken möchte, bis zum fertigen Druckobjekt quasi an die Hand genommen und geführt. Ja, dass man also das so entsprechend, wie heißt das, quasi so herangeführt wird an diesen ganzen Prozess. Die Frage stellt sich halt auch da, ist es da sinnvoll? Ich weiß, am Anfang war das, hat Bampu den Markt mit dem X1C aufgeräumt, mit dem X1 aufgeräumt, mit der X1 Serie sozusagen. Da stellt sich mir nur die Frage, ist es halt sinnvoll als Einsteiger, aber wie heißt das, gleich so ein teures Gerät, sich hinzustellen, was ja definitiv im Premium-Bereich ist, da sage ich einfach nein. Ja, also ich sage mal so, ich habe mir damals auch gesagt gehabt, ich habe den Prusa Mini gekauft in der Originalversion, die 2020 rausgekommen ist. Das Ding läuft, das ist einfach eine Maschine, das ist ein Arbeitstier, der läuft und läuft und läuft und läuft. Gut, momentan hat er gerade die Düse verstopft, da bin ich so faul, um die zu tauschen, aber das Druckvolumen reicht für die meisten Sachen, die ich machen möchte, aus. Damit kann ich zwar jetzt keinen Helm drucken oder eine Rüstung drucken für irgendeinen Cosplay, aber für, ich sage mal, 80 Prozent bis 90 Prozent der Sachen, die man so zu Hause drucken möchte, reicht das eigentlich vom Druckvolumen her aus und der A1 Mini grätscht ja auch komplett in die gleiche Kerbe rein, also klein, kompakt, gut transportabel, sage ich mal und einfach zu bedienen. Ja. Ja. Besonders durch die Plattform, was man jetzt auch mit dem Smartphone bedienen kann, da schicken die ja sehr viele Ressourcen hinein und das ist für Einsteiger natürlich nutzerfreundlich, wenn die sagen wollen, ich will am Anfang einfach nur Sachen drucken, die auf der Plattform eingestellt sind und dann drückt man einmal auf sein Handy drauf und dann wird das mit dem hinterlegten Druckprofil sogar mit auf den Drucker gegeben. Wenn man die AMS noch dazu hat, zeigt einem diese Applikation dann auf welche Seite, welche Rolle eingeführt werden muss, damit es dann genauso aussieht, wie es auf dem Modell aussieht. Das ist schon nutzerfreundlich, wo man für Anfänger sinnvoll, sorgt aber dafür oder ich muss einfach sagen, Bamboo Lab hat damit angefangen, diese Insellösungen sozusagen zu fokussieren und es wäre schade, wenn da jeder Hersteller seine Insellösung macht. Anycubic ist mit ihrer Plattform jetzt auch einen eigenständigen Weg gegangen, weil ich war eigentlich ganz froh mit Printables, dass sich das vielleicht ein bisschen zentralisiert, dass ich einen Ort habe, wo ich die meisten Druckdateien finde. Wenn jetzt jeder seine eigene Druckplattform hat, klar, die guten Modelle werden dann auf verschiedenen Druckplattformen gehostet, aber es wäre schade, wenn man dann auf zehn verschiedenen Plattformen schauen muss, ob es irgendwo das Druckobjekt gibt, was ich selber nicht designen will, was vielleicht aber schon jemand anders gemacht hat. Absolut, das Gleiche gilt ja auch für Creality und auch für Flashforge und wie sie alle heißen, da nehmen die sich gar nichts. Das finde ich auch echt schade, das irgendwie gefühlt, wenn man jetzt fünf Drucker da stehen hat, jetzt aktuelle Generationen, also was weiß ich, sei es ein Creality, ein Anycubic, ein Flashforge und etc. etc. hat jeder gefühlt seinen eigenen Slicer und das finde ich halt so so ein bisschen schade halt. Also das ist auch ein Punkt, wo ich nochmal gerne drüber reden würde, weil ich halt öfters gefragt werde, gerade von Leuten, die ins Hobby reinkommen, hey, ich habe Drucker XY, egal welcher es jetzt ist, welchen Slicer soll ich nehmen? Soll ich den vom Hersteller nehmen oder gibt es noch einen besseren? Wo ich mittlerweile einfach sage, also vorher habe ich immer gesagt, nimm den Processor Slicer, weil der recht gut funktioniert hat, empfehle ich auch teilweise noch. Mittlerweile nutze ich halt den Orca Slicer, der halt auf, ja wie soll ich sagen, auf Basis vom Bamboo Studio quasi ist oder beziehungsweise Bamboo Studio jetzt auf Basis vom Orca Slicer, weil man ja nie weiß, wer jetzt von wem jetzt gerade die Daten jetzt gerade, wie heißt das, wie es sich zieht oder die Features jetzt sich gerade zieht, sind alles Open Source Slicer in dem Sinne. Was ich gemerkt habe mit dem X1C zum Beispiel, ist einfach, dass ich mehr Konfigurationsmöglichkeiten habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Druck starte, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ey, lass mir mal hier die Flow Calibration bei jedem Druck bitte raus. Das Material kann ich mir sparen und auch die Zeit kann ich mir sparen. Und da kann ich halt auch alle möglichen anderen Drucker auch noch im Orca Slicer einpflegen. Und das ist auch sehr gut gelöst. Creality bietet mittlerweile für jeden Drucker, den sie anbieten, auch für den Ender 3 V3, schon bevor der überhaupt auf der Webseite released war, haben die schon entsprechend die ganzen Profile für den Orca Slicer rausgehauen, was ich sehr gut fand. Die haben zwar noch nicht das, das ist den Quellcode von dem Betriebssystem veröffentlicht an sich, was wir eigentlich müssen mit dem Clipper-Betriebssystem, aber das ist erstmal Nebensache. Beziehungsweise für mich jetzt nicht unbedingt Nebensache, aber an sich für den Nutzer erstmal Nebensache. Und da wird es einem auch schon relativ einfach gemacht und ich nutze lieber dann an der Stelle einen Slicer, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Ender-Tubic Cobra 2 Pro da stehen und kaufe mir dann nochmal, keine Ahnung was, einen K1C dazu. Und habe die beiden dann da stehen. Dann kann ich die beiden über einen Slicer bedienen und brauche nur den Drucker auswählen, an wen ich schicken möchte und kann dann aus dem Slicer raus quasi die Daten rüberschicken. Das ist sehr komfortabel, muss ich sagen. Ja, wenn ich gefragt werde von Community-Mitgliedern, die in den 3D-Druck eingestiegen sind. Vor zwei Jahren gab es keine Profile. Da hat man gehofft, dass irgendjemand ein Profil hochgeladen hat, das man für seinen Drucker nutzen kann. Mittlerweile sind die Hersteller dazu aber übergegangen, wenigstens mit ihrem Slicer ein Profil zu hinterlegen. Meistens sind das veraltete Cura-Versionen oder veralteter Prusa-Slicer, wo man sagt, naja, der bietet noch nicht die Features. Ich würde aber, wenn du jetzt wirklich Einsteiger bist, empfehlen, nimmt erstmal den Slicer von dem Hersteller, auch wenn er veraltet ist, wenn da ein Profil hinterlegt ist, weil man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass da wenigstens eine Person bei dem Hersteller drei, vier Stunden investiert hat. Also jetzt in den letzten anderthalben Jahren, wenn die Drucker dann rausgekommen sind. Wenn man dann auf weitere Drucker umsteigt und dann zehn verschiedene Slicer kennen muss, ist es vielleicht überlegbar, auf einen von diesen generischen Slicer umzusteigen, wie der Prusa, Orca, Slicer oder vielleicht auch Cura. Cura hatte ich am Anfang genutzt, bin aber dann zu Super Slicer gewechselt, der aber für Anfänger schon sehr schwierig zu bedienen ist. Die Oberfläche ist ein bisschen altbacken, bietet aber die meisten Einstellfunktionen. Aber als Anfänger will man ja einfach nur drucken und nicht irgendwas optimieren. Der Orca-Slicer ist jetzt mein Slicer für alle Drucker, weil er sozusagen die Funktionen für Profis oder Fortgeschrittene umfasst, aber auch von der Übersichtlichkeit auch für Einsteiger gut geeignet ist. Aber würde ich dann eher, wenn man denkt, man kommt mit dem hauseigenen Slicer des Herstellers an seine Grenzen, weil er vielleicht doch in dem Bereich Überhänge oder Brücken keine guten Einstellungen hat, die zu modifizieren, dann kann man sich mal mit einem anderen Slicer vertraut machen. Aber als Einsteiger, wenn man sein erstes Druckerobjekt drucken will, wird es sehr, sehr schwierig, wenn es kein spezifisches Profil für den Drucker gibt, direkt auf den Orca-Slicer oder den Brusa-Slicer zu wechseln. Wobei ich da nochmal sagen möchte, da gibt es Gott sei Dank auch den sogenannten Alley's Print Tuning Guide. Den gebe ich auch öfters mal aus, wo ich einfach sage, wo ich gefragt werde, okay, wie kriegst du hin, dass der Druck jetzt so und so aussieht? Auch auf dem MK3 haben mich ein paar Leute gefragt, ey, das sieht ja bei dir auf dem Drucker immer ziemlich gut aus, die Drucke, die du raushaust, wie kriegst du das hin? Dann verweise ich immer auf diese Webseite, weil die einen Schritt für Schritt, egal ob es jetzt ein ganz normaler Stock-Drucker ist, den man sich im Laden kauft oder ob es ein komplett selbstgebauter Drucker wie ein Voron oder ein VZ-Board ist, die weisen einen halt schon auf spezifische Punkte hin, gerade beim Voron wird gesagt, ey, pass auf, dass du hier die Gantry entsprechend gerade ziehst und dass das alles im rechten Winkel ist und alles überprüft das, das und das und dann wird einem quasi das herangeleitet, wie man diesen Drucker einstellt und wie man das Profil einstellt und das auf eine Art, finde ich, die recht gut verständlich ist, die auch immer wieder aktualisiert wird, finde ich und das ist ein guter Startpunkt, wenn man sich mal intensiver mit dem Thema, okay, wie kriege ich das Profil feingetuned auseinandersetzen möchte einfach, ja. Ja, das, was halt der Nachteil ist, wo viele von unserer Community dran stoßen, sind halt meistens die spezifischen englischen, die englische Sprache insbesondere im 3D-Druck werden ja mit sehr vielen Fachbegriffen um sich geschmissen, klar, Browser und KI ermöglichen mittlerweile gute Übersetzungen, aber einige kommen damit nicht zurecht. Es gab früher bis vor kurzem noch den 3D-Druck-Einstellfahrplan von einem deutschen Forum, die haben auch sowas vorgenommen, leider ist das Forum nicht mehr erreichbar, ich glaube, über das Archiv kann man diesen Einstellfahrplan noch erreichen, weil die hatten sogar mit einem Filamenthersteller ein Filament rausgebracht, das hieß Staubgrau, wo man Druckfehler am besten erkennen kann, weil wenn man sozusagen seinen Druck optimiert, sollte man auch, oder seinen Drucker am Anfang optimieren will, sollte man auch darauf achten, vielleicht eine Farbe zu wählen, wo man auch Artefakte, sozusagen Fehler, auch gut erkennen kann, mit Weiß, Schwarz wird es ein bisschen schwierig, Grau oder Orange ist da meistens sehr gut geeignet, weil durch den Schattenwurf sieht man sofort, wo Ungenauigkeiten oder Unsauberkeiten sind. Absolut, Absolut, ja. Ja, aber das Thema mit englische Fachbegriffe, das kam bei uns in den Kommentaren auch öfters mal, hör doch mal auf mit dem Englisch, nennt Deutsch doch mal alles ein. Da sage ich, okay, das ist meine persönliche Meinung, weil ich halt auch, ich komme aus der Softwareentwicklung, von daher ist es für mich, ist Englisch kein Thema, ich kann mich sowohl fließend in Englisch als auch in Deutsch unterhalten, das kann nicht jeder, das verstehe ich absolut. Es bringt mir nur nichts, wenn ich halt jetzt, was weiß ich, mit dem heißen Ende bei Google suche, okay, wie ist das heiße Ende denn, wenn das heiße Ende verstopft ist, was mache ich? Da spuckt mir Google einfach nichts aus. Ja, das mag mir vielleicht in der Community weiterhelfen, wenn es dann den einen oder anderen gibt, der das dann nimmt und sagt, okay, der meint Hotend und wir versuchen das einfach mal jetzt zu lösen, ja. Klar, Begriffe wie Nozzle und sowas in Richtung Indüse zu übersetzen, klar, das geht, aber bei manchen Begriffen tue ich mich halt einfach schwer, das ins Deutsche zu übersetzen. Ich weiß nicht, ja. Ja, insbesondere weil es auf deutschen Seiten oder es gibt wenig deutschsprachige Seiten, die da in dem Bereich so tief drin stecken und dann hat man das schwierig, selbst wenn man geeignete deutsche Begriffe findet, obwohl es im 3D-Druckbereich eben halt nicht für jeden Begriff schon eine deutsche Variante gibt, ist es auch ganz schwierig, dann vielleicht was zu suchen, wenn man gewisse Begriffe sich gewöhnt, dass man den englischen Begriff nutzt, dann kann man mit einer Google-Suche bei Fehlerproblemen zwar auf einen englischen Artikel stoßen, den kann man sich dann aber wieder übersetzen und solange es da halt noch keine deutschsprachigen Begriffe gibt, ist man halt darauf angewiesen. Man muss natürlich den Bogen finden, dass man dann nicht ins wirkliche halbe Englisch sozusagen umswitcht, sondern einfach nur die gängigen Begriffe, die sich jetzt in 3D-Druck durchgesetzt haben, wie Nozzle, Gentry, Stepper etc., dass man diese Begriffe halt einfach standardmäßig nutzen muss und dann reichen ja auch sich englische Begriffe mittlerweile durchgesetzt. Richtig. Ich meine, ich habe damit kein Problem, wie gesagt, ich habe bei mir auch sogar die Slicer und alles darunter auf Englisch eingestellt, einfach weil ich, wenn ich was suche und eine Erklärung dazu finde, egal ob es jetzt ein Beitrag irgendwo bei Reddit oder in einem Forum ist oder in einem Video, wenn das auf Englisch ist und der mir das zeigt, kann ich das komplett im Menü so nachverfolgen, egal welches Programm, das hat jetzt nicht unbedingt was mit 3D-Druck zu tun, das kann auch was mit der Streaming-Software zu tun haben oder so in Richtung, weil ich dann einfach Schritt für Schritt das nachvollziehen kann und ich kenne es aus der Bildbearbeitung her, damals Photoshop, ich habe mir ein Tutorial angeguckt und da war das Tutorial auf Englisch und der hat gesagt, okay, klick hier auf File, da dann das und da dann das und dann habe ich mir gedacht, im Deutschen ist das nicht so, im Deutschen findest du das nicht, da ist es an einer ganz anderen Stelle, warum? Ganz einfach, weil die Hersteller teilweise das halt, wenn sie es übersetzen, halt sogar an eine andere Stelle packen oder es einfach nicht so nachvollziehbar ist von den Begriffen her und da habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, sowieso alles auf Englisch einzustellen, auch meine Handys und sowas in Richtung sind alle auf Englisch, einfach weil, damit ich halt vieles nachvollziehen kann, wenn einer irgendwo drüber redet, weil es ist halt einfach in der Branche oder auch in vielen Branchen einfach Standard. Das ist im Privatbereich, glaube ich, echt ein Problem, wo wir noch keine Lösung dafür haben, leider. Ja, für Anfänger hier, die, die natürlich mit Englisch nicht aufgewachsen sind und gar kein Englisch sprechen, ist natürlich eine deutsche Übersetzung von den Oberflächen sinnvoll, damit man sich überhaupt zurechtfindet. Absolut. Die, die aber so wenigstens bei Englisch grob was verstehen könnten, man muss nicht jedes Wort übersetzen können, um uns grob lösen, was vielleicht sich dahinter verbergen kann, würde ich auch empfehlen, in der Anfangszeit vielleicht einfach mal die englische Oberfläche zu lassen, weil mir geht es genauso, ich habe mein Videoschnittprogramm und meinen Slicer auch auf Englisch gestellt, weil wenn man mal was sucht, weil man das auf dem Video oder auf der Internetseite gefunden hat, wo vielleicht keine Bilder zu sehen sind, sondern nur sozusagen die Begriffe, die man nacheinander klicken muss, dann wird das mit der deutschen Übersetzung wirklich so sehr schwierig. Man kann ja zum Glück durch die heutigen Programme die Sprachen schnell wechseln. Man sollte sich aber vielleicht dran gewöhnen, vielleicht, wenn man grundsätzlich englisches Verständnis hat, vielleicht sich direkt an das Englische zu gewöhnen, weil es dann einfach bei Hilfe im Internet einfacher ist, weil die englischsprachigen Seiten einerseits von der Masse viel mehr sind und im 3D-Druck auch die, die vielleicht die deutsche Sprache als Muttersprache haben, doch auch englischen Content machen, um einfach auch mehr Publikum zu erschließen. Es gibt halt wenige deutsche Seiten, die einen betriften. Da sind, denke ich mal, auch unsere Communities ganz froh, dass wir den deutschen Bereich mit bedienen, besonders für die, die einfach mit Englisch ganz wenig anfangen können und sagen, nee, ich bin jetzt 55, ich bin jetzt 60, ich kann eine andere Sprache, das Englisch ist mir jetzt einfach zu viel und ich brauche so lange, um das auf dem Niveau überhaupt erstmal verstehen zu können. Ich würde das lieber gerne irgendwie von jemandem auf Deutsch gezeigt bekommen, damit ich vielleicht auch keinen Fehler mache, weil ich es falsch übersetze. Aber da muss ich sagen, da kommt die Schönheit der 3D-Druck-Community, finde ich, so ein bisschen zum Vorschein, weil ich gemerkt habe, egal auf welchem Discord ich mich jetzt bewegt habe, ja, egal ob in der Anfangszeit oder auch heute, ich meine, wir haben bei uns auf dem Server auch Leute, die zum Teil dem Englischen nicht mächtig sind, egal ob es jetzt jüngere Leute sind, weil sie kein Englisch gelernt haben oder auch ältere Leute, egal welche Generation, aber man hilft sich dort gegenseitig, auch in den Videos, bevor man jetzt in den Kommentaren bei uns zum Beispiel, wir haben immer viele Fragen gestellt, dann sage ich, ey, komm bei uns ins Discord, wir haben da eine Fragen-Sektion, komm rein, stell deine Frage und wir versuchen dir zu helfen. Da sind die Leute auch relativ schnell mit dabei, sich gegenseitig zu helfen. Dann kommen auch solche Fachbegriffe, sage ich mal, können dann relativ schnell aufgeklärt werden. Was ist was? Was ist damit gemeint, dass quasi diese Leute auch abgeholt werden? Und ich fand es auch am Anfang immer schade, also es gibt so einen schönen, das ist Quality Droubleshooting Guide, der ist von Simplify 3D, auch wenn ich den Sizer mittlerweile nicht mehr so ganz toll finde, aber die haben einen wunderschönen, ausgebauten Quality Droubleshooting Guide, der ist halt komplett auf Englisch, aber die sagen, okay, wenn du das Fehlerbild hast mit Fotos und allem drunter, dann kann das da, da und da dran liegen und du kannst es so und so lösen. Ist halt leider, wie gesagt, komplett auf Englisch, aber da gibt es halt auch nochmal, wie gesagt, die Community als, ich sag mal, Übersetzer sozusagen grob, die einem dann helfen kann, das heißt auf den Discord-Servern, da gibt es ja auch einige, die der deutschen Sprache mächtig sind, gerade bei euch und auch bei uns auf dem Discord, wo man sich, denke ich mal, recht gut hilft gegenseitig. Das habe ich auch festgestellt, ich hoffe, das kippt in den nächsten Jahren nicht. Ich war vorher Hobbytechnisch in anderen Bereichen unterwegs und da hast du in den Foren meistens das Expertenwissen und einige, das muss ich auch einfach mal hier in die Runde, auch die Experten, die jetzt zuschauen, nochmal sagen, wir hatten alle mal angefangen und mir geht es manchmal auch so, wenn wir unsere Support-Tickets bearbeiten, wo man sich fragt, auch die Frage, wie kann man so eine Frage nur stellen? Wenn ich mich ins Jahr 2019 zurückversetze, war das vielleicht schon eine Frage, die ich noch, oder ich hätte noch eine viel einfachere Frage gestellt. Man muss halt sich immer versuchen, in die Person gegenüber hinein zu versetzen und da gibt es halt Fragen, die schon tausendmal gestellt wurden und wo man sagt, da kann man doch selber mit Nachdenken drauf kommen, aber für die Person, die gerade einsteigt, da ist halt bei denen die Grenze gerade sozusagen erreicht und da muss die Frage jetzt einfach raus und gestellt werden. In vielen Expertenforen kommen dann dumme Kommentare oder dann wird mit irgendwie dem Wissen geprahlt und den anderen eventuell vorgeführt. Das ist in einigen Foren wirklich schade, wo man sagt, dann schreibe ich gar nichts mehr hin, wenn ich dann nur noch von zehn Leuten erstmal dumm gemacht werde, dass ich keine Ahnung habe, wo ich denke, ja, hättest du statt hier irgendwelche Ironie in deiner Antwort reingeschrieben, sondern dein Expertenwissen einfach mal geteilt, wäre es allen besser gegangen und das ist hier, jedenfalls kann ich nur da von meinem Discord und vielleicht auch von dem, von Woron oder von Klipper sprechen, egal wie dumm die Frage ist, es gibt Vereinzelte, die da vielleicht nochmal in die Wunde reinbohren, aber der Großteil beantwortet die einfach und meistens auch so, dass das dem Kompetenzlevel des Fragenden entspricht und er nicht dann mit irgendwelchen englischen Fachbegriffen zugeschlagen wird und danach genauso schlau ist wie vorher. Richtig, also das finde ich auch, das finde ich auch wichtig, also bei uns habe ich es jetzt schon ein paar Mal gesehen auf dem Discord, jemand hat eine Frage gestellt und das Problem war nicht klar, wie man es lösen sollte von Anfang an und dann haben sich halt mehrere Leute gleich draufgestützt und man hat zusammen das Problem gelöst an sich. Und das ist halt etwas, ich meine, klar, es gibt immer die Leute, die es gleich wissen, hundertprozentig wissen, ich meine, ich weiß auch nicht alles und ich versuche auch, ich weiß nicht, ob ich das immer hinbekomme, aber ich versuche natürlich auch immer, genau diese Seite nicht zu zeigen oder nicht so zu sein, dass man halt die Leute abweist und sagt so, wenn du das nicht weißt, dann bist du halt selber schuld, ja? Nee, im Grunde genommen ist es wichtig, dass man sagt, okay, komm hier zu uns, wir gucken das Ganze uns an. Klar, in so einem YouTube-Kommentar kann man vielleicht mal den Kontakt herstellen, aber da ist halt der Platz einfach nicht da, um sowas ausgiebig zu diskutieren. Da hast du auch keine Möglichkeit, Bilder oder sonst irgendwas hochzuladen oder vielleicht mal ein Video. Da ist dann halt eher so eine Community wie auf Discord oder im Forum halt eher geeignet. Eher noch Discord, würde ich sagen, weil du da halt noch viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hast. Aber das habe ich auch schon öfters bei uns auf dem Server gesagt, ey Leute, kommt jetzt, konzentriert euch mal oder bleibt mal bei der Sache. Das hilft jetzt keinem weiter, wenn wir jetzt da entsprechend uns auf die Köpfe hauen oder dem Finger zeigen, warum kannst du das nicht? Das ist natürlich auch wichtig, ja. Ja, es gibt einige alte Hasen bei uns, wo man sagt, ja, das könntest du wissen. Du bist aber vermutlich nur zur Frau, selber zu googeln und lässt den anderen für dich arbeiten. Das erkennt man aber schon relativ schnell, wenn wir als YouTube Content Creator haben ja eine gute Community und irgendwann hat man ja seinen Namen, die sich da aktiv als Zuschauer beteiligen oder auf dem Discord hat man ja raus. Wenn es ein neuer Name ist, muss man da vielleicht wirklich nochmal die Hilfestellung geben, aber wenn das eine Person ist, die seit einem Jahr mit dabei ist und dann eine Frage stellt, die, wenn man sie bei Google eingegeben hätte, direkt zehn Erläuterungen findet oder wir im Zweifel schon ein Video dazu gemacht haben, dann muss man sich manchmal wirklich schon auf die Lippe beißen, aber so ist es halt. So wird es überall sein und da muss man wir sozusagen gefühlt als digitale Dozenten da drüber stehen und dann einfach runterschlucken und dann nochmal erklären. Ja, also was ich immer gerne mache, ist, wenn jemand eine Frage stellt zu einem bestimmten Thema, also Mitarbeiter kommen sogar die Leute zu mir und sagen, ich weiß, du hast ein Video drüber gemacht, kannst du mir sagen, wo ich das Video finde? Dann suche ich da schnell raus und fertig halt entsprechend. Es gibt auch Leute, die das gar nicht wissen, dass da schon ein Video dazu gibt halt entsprechend. Also wie zum Beispiel mal jetzt Resin-Videos, erst was mir einfällt, FabFilm tauschen. Da habe ich glaube ich ein, zwei Videos schon dazu gemacht und dann verlinke ich die auch. Und wenn dann noch weitere Fragen sind, dann kann man die natürlich gerne irgendwie nochmal beantworten, aber das ist halt das, was ich mir gerne wünschen würde. Was auch bei uns, muss ich sagen, auf dem Discord immer noch passiert. Da waren jetzt in letzter Zeit die Gemüter ein bisschen hochgekocht, in Bezug auf bestimmte Themen, aber das hat sich mittlerweile, denke ich, mir auch wieder ein bisschen gelegt. Also dass wir da nochmal ein bisschen mehr uns drauf konzentrieren, wirklich lösungsorientiert zu arbeiten, sagen wir es mal so. Ja, ja. Und dann nochmal den Bogen zu dem Thema vorne, weil wir da einfach zu viel gleichzeitig erzählt haben, Fehlerbilder erkennen. Das ist vor zwei Jahren vielleicht noch einfacher gewesen, weil man mit den Druckern und dem Finden des optimierten Profils gefühlt in jedes 3D-Druck-Fettnäppchen gerannt ist und daraus gelernt hat. Ja. Sodass man jetzt erkennen kann, die Überhänge sehen irgendwie schlecht aus oder ich habe irgendwelche Artefakte auf horizontaler Ebene. Dann weiß man grundsätzlich, wo man suchen muss. Das ist mit den Druckern und das wird in den nächsten Jahren bestimmt noch schwieriger werden, die out of the box super drucken und man nie in diese Fehler reinrennt, wo man weiß, wo man suchen muss und dann irgendwann, wenn die Maschine verschleißt oder man vielleicht einen falschen Knopf im Slicer gedrückt hat, dann auf einmal Fehler findet und keinerlei Ansatzpunkte hat, wo man denn hier suchen müsste. Ist das ein hardware-technisches Problem, weil vielleicht einfach ein Lager trocken gelaufen ist oder liegt es an der Druckdatei, weil die irgendwie fehlerhaft erstellt worden ist oder liegt es am Slicer? Das wird künftig schwieriger werden für Anfänger, hier sich das Wissen anzueignen, weil man das von Anfang an noch nicht braucht, weil die ersten Stunden vermutlich ideale Druckerbegibnisse miedern. Oder vielleicht aber auch einfach, weil man nicht die Möglichkeiten mehr hat, an den neuen Geräten überhaupt noch was zu verändern, um diese Einstellungen zu tätigen, dass sie besser drucken. Das fällt mir auch auf. Ich nehme jetzt einfach mal den Ender 3V3KE mit dem automatischen Bettleveln oder auch der MK4. Da würde es denke ich mal jemanden, der jetzt gerade startet mit dem Thema und bei dem der Druck einfach nicht auf der Platte hält oder vielleicht die Düse zu schnell verstopft und der das Knacken zwar wahrnimmt, was dann entsprechend entsteht, wenn die Düse zu nah am Druckbett ist, aber der weiß halt erstmal nicht, was er machen soll, weil er hat keine Rädchen mehr unter dem Druckbett, die er drehen kann, damit er vielleicht dafür sorgen kann, dass der Abstand größer wird. Er kann jetzt nicht irgendwie gucken, dass er vielleicht mal noch ein bisschen am Hotend guckt, dass die Düse richtig festgeschraubt ist. Man hat ja früher immer noch das Problem gehabt, dass man Heatbreak und Düse im Heizblock zusammen entsprechend so auf Konter gedreht hat, dass das entsprechend schön sitzt war. Und wenn es da ein bisschen Platz war, hat er auch zu dicht dran gelevelt. Und hat noch ganz andere Probleme verursacht, aber es geht halt mit den Druckern heutzutage nicht mehr. Ich denke, da wird, denke ich mal, auch keiner auf die Idee kommen. Kannst du auch jetzt mal bei dem Einslicer, kannst du auch gar nicht mehr hingehen, kannst zum Beispiel das Set-Offset setzen. Geht nicht. Ja, also wenn der Drucker levelt, dann muss der richtig leveln und wenn er das nicht macht, hast du echt Probleme. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, okay, wie bringt man das den neuen Nutzern bei? Weil die da natürlich, wie du schon sagst, das Ganze nicht von der auflernen können, weil sie halt nicht die Gelegenheit dazu bekommen, das überhaupt mal zu lernen. Wollen wir da vielleicht einfach die nächsten Minuten nutzen, dann hier den Platz zu setzen bei so groben Druckartefakten, wo man da als erstes nachschauen kann? Du hast ja gerade gesagt, wenn das Druckbett oder das Druckobjekt nicht haftet, gibt es meistens ein Problem mit dem Set-Offset. Alternativ, wenn sich das vielleicht noch als Ergänzung vom Druckbett löst während der Zeit, das sogenannte Warping, trifft Materialien wie ABS oder ASA, aber auch PLA. Und der Strumpfung sich dann, wenn die Umgebungstemperatur nicht hoch ist, einfach in den Ecken ablösen. Gibt es Möglichkeiten, ich nenne hier einfach mal das Schlagwort Prim, um sozusagen die Haftung noch ein bisschen zu verbessern, aber das sind so die Ansatzpunkte, wenn sie es direkt löst, dann ist entweder die Temperatur vollkommen falsch oder das Offset ist zu hoch oder zu niedrig und wenn sie es während des Druckes löst, sind das meistens Materialien, die eine Einhausung benötigen oder man hat ein großes Objekt mit sehr vielen langen Kanten, wo dann irgendwann einfach Spannung entsteht, die sich an irgendeinem Punkt dann sozusagen löst. Im Zweifel löst sich das Druckobjekt vom Bett oder wenn das Objekt so groß ist, kann es auch sein, dass sich eure Druckplatte, wenn die nur magnetisch fixiert ist, an den Seiten dann hochbiegt. Dann könnt ihr das einerseits erkennen, manchmal sieht man das nicht am Druckbett, dass sich das Objekt gelöst hat, vielleicht in der Mitte. Man sieht aber, dass die Layer dann nicht mehr gut übereinander liegen und das sieht so aus, als hätte man da eine Überextrusion. Das liegt aber nur daran, dass sich die Layer halt hochzieht und dort sich das Material dann staut. Richtig, weil im Prinzip wird das dadurch verursacht, gerade bei Materialien wie ASA und ABS, diese Materialien arbeiten nun mal stark unter Temperaturschwankungen. Das heißt also, wenn es kälter ist, ziehen sie sich zusammen, wenn es wärmer ist, dehnen sie sich aus und das Problem ist einfach, wenn man druckt, ist man erstmal mit der Düse relativ nah am Druckbett, das heißt also, das ist relativ homogen von der Temperatur her. Wenn man jetzt aber ein Objekt druckt, was halt immer höher wird und immer höher wird, ich nehme jetzt einfach mal hier so die Schale, die ich hier so habe, die könnt ihr dann im Video auf YouTube sehen, dann hat man hier schon ab der gewissen Temperatur natürlich einen Temperaturunterschied zwischen Druckbett hier unten und Düsentemperatur hier oben und das kann natürlich dazu führen, dass in dem Material Spannungen entstehen, also Spannungen durch, wie heißt das, durch das Abkühlen einfach oder durch einen Luftzug oder sonst was, das verursacht einfach, dass das Material arbeitet und wenn das Material arbeitet, wie du schon sagst, zieht es sich an den Seiten hoch, es kann aber auch sein, dass sich einfach die Schichten voneinander lösen, also die sogenannte und gefürchtete Layer Separation, die dann meistens auftreten, gerade wenn man mit ABS druckt und dann mal ein Luftzug draufkommt, also man hat mal kurz vorne die Tür aufgemacht, um reinzugucken, ob das alles noch okay ist da drin und macht wieder zu und dann hat man schon Luftzug und die Schichten lösen sich voneinander. Das ist natürlich auch so ein Punkt, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt und schon ein paar Mal erreicht, klar, das erreichst du auch auf einem offenen Bauraum, aber was ich auch gemerkt habe, ist zum Beispiel bei den neueren Druckern, wenn du da hingehst, da wird ja öfters von den Herstellern empfohlen, okay, pack Klebstift auf diese, also ganz normalen Klebestift, der im Lieferumfang dabei ist, weil die Druckplatte so gebaut ist, dass es so stark hält, dass du eine Trennschicht brauchst, dann packst du den Kleber drauf, der funktioniert beim ersten und beim zweiten Druck noch ganz gut und beim dritten Druck ist diese Klebeschicht schon so weit abgelöst, nicht, dass das Druckobjekt gut hält, sondern dass halt immer noch so eine Trennwirkung da ist, aber die Haftwirkung von dem Kleber nicht mehr da ist und dann hast du halt auch bei PLA-Objekten habe ich auch schon gehabt, Tür war offen, PLA-Objekt gedruckt und die Haftwirkung war so gering, dass sich das Objekt entweder komplett gelöst hat oder zum Teil gelöst hat. Das ist natürlich auch nicht schön und dann da so ein Fehlerbild zu suchen, woran es liegt, ist natürlich auch schwierig. Das gibt Zusammenhang, weil du es gerade sagst, mit den sozusagen Haftverstärkern oder Verringern, jetzt werden wir vermutlich unsere Kommentarspalte triggern, aber ich habe mir angewöhnt, auch wenn ich kein Problem mit dem Offset habe, ich habe bei mir einen Voron 3,50 und ich habe so viele Druckteile, die ich da drauf schmeiße, um die große Bauraumgröße halt auch effektiv zu nutzen, wo so eine erste Schicht auch gerne mal 10, 15 Minuten dauert und wenn dann beim letzten Objekt eine Ecke nicht sitzt, man kann jetzt mit dem Exclude Object, kurz Exclude Object, kann man heutzutage, wenn man 20 Bauteile druckt, einzelne Bauteile von dem Druck ausschließen, dann werden die einfach ignoriert, das ging früher nicht, man konnte sozusagen nur den Druck abbrechen, das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht mehr. Ja, wenn aber ein Objekt dann sozusagen, was man unbedingt haben will, nicht hält, dann muss man den Druck abbrechen und wieder neu starten und das kann sehr hoch die oder sehr schnell die Motivation in den Keller drücken und viele haben auch an dem Bereich, weil sozusagen einfach nicht mal mit über die erste Schicht hinausgekommen sind, das 3D-Druck-Copy schon wieder aufgegeben. Ich nutze, weil ich einfach das Finish von so einem ganz glatten Platten schön finde. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich nutze 3D-Lack. Mir fällt jetzt kein anderer Hersteller ein, der so ähnlich arbeitet. Es ist vermutlich einfach gefühlt modifizierter Haarlack. Ja. Den sprühe ich einfach drauf und habe seitdem einfach null Probleme mehr, auch bei glatten Oberflächen, dass feine Objekte halten und insbesondere konnte ich meine Geschwindigkeit des First Layers optimieren. Viele sagen natürlich, ich möchte so ein Zeug nicht auf meiner Druckplatte. Ich denke, da ist viel eigene Ideologie dahinter. Wenn ich dafür feststelle, ich muss nie wieder mich um das, den First Layer kümmern. Ich habe nicht das Problem, ich will noch was abends für den Druck vorbereiten und sitze dann noch eine Stunde im Arbeitszimmer, bis dann das erste Level gehalten hat, nur weil ich sozusagen einfach nicht 3D-Lack nutzen will. Gibt es Personen, die können das gerne machen, Absolut. Wer damit Probleme hat, kann sich, ich weiß nicht wie viel Euro, aber das glaube ich noch im einstelligen Bereich, so eine Flasche mal kaufen und das einfach mal austesten. Richtig. Bei den rauen Druckoberflächen kann das dafür sorgen, wenn man die regelmäßig nicht mal sauber macht, dass man dann so weiße Rückstände auf dem First Layer hat. kriegt man aber im Zweifel mit Feuerzeug oder Spüle wieder ab. Auf einer glatten Oberfläche hinterlässt der 3D-Lack aber nahezu keine Umstände auf dem 3D-Druckobjekt. Also ich muss mal sagen, ich habe ja auch, ich wurde auch schon öfters dafür kritisiert, weil ich sage, okay, es ist mir genau aus dem Grund einfach egal, welche Oberfläche ich habe. Also die einzigste Ausnahme ist die OSEC satte Blatte, weil die finde ich, da gehe ich einmal mit IPA, also Isopropanol drüber, 99%iger Alkohol, die mache ich einmal sauber und dann druckt der Drucker da drauf wieder wie neu. Ich habe keine Probleme mit der Haftung. Aber bei allem anderen, egal ob texturierte PEI-Schicht, ob es glatte PEI ist oder egal was, auch auf den, auf diesen, ich sage mal, Bild-Tech-Verschnitt- Druckflächen, die jetzt bei den neuen Druckern mit dabei ist. Ja, weil diese Struktur von der Platte, diese feine Struktur, die ultra gut hält, hatten wir ja schon im Prinzip schon seit an und dazu mal. Selbst da packe ich Kleber drauf einfach. Zwar als Trennschicht, aber auch da packe ich halt einfach, also ich nutze in der Hinsicht, weil ich halt nichts riskieren will. Genau aus dem Grund packe ich da einfach Magiku drauf. Das ist mein Mittel der Wahl. Aber da ist es egal, ob das jetzt 3D-Lack, Magiku oder wie sie auch alle heißen ist. Es gibt Leute, die mischen sich mit Aceton und ABS sowas an, damit sie da drauf drucken können. Das ist, wirklich spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die erste Schicht hält und auch wenn die Hersteller sagen, ey, mit der texturierten PEI-Schicht, so wie es Prusa damals gesagt hat, bitte keinen Kleber drauf packen oder so in Richtung, das interessiert mittlerweile auch keinen mehr. Das wissen wir mittlerweile auch. Selbst da packt man einfach Kleber drauf. Man hat die strukturierte Oberfläche, wenn man das möchte. Und man hat die Haftwirkung und gut ist. Und das funktioniert einwandfrei. Ich habe das bei, wo ich angefangen habe mit ABS zu drucken, hatte ich das auch auf der texturierten Oberfläche gemerkt. Bei schnellen Kanten oder ganz filigranen Bauteilen, insbesondere im Bereich Wohren, druckt man ja gerne so eine Honeycams als Design. Das sind natürlich ganz dünne Wände im Achteck. und wenn du da beispielsweise unten die Verkleidung druckst, dann sind das 30 oder 40 Rauten und du ärgerst dich einfach maßlos, wenn die letzte Raute nicht hält, weil dann kannst du das ganze Bauteil einfach wegschmeißen. Ich hatte schon gedacht oder es war am Anfang öfters der Fall, wo ich gesagt habe, egal, dass es hinten das gehört, das hat kein Problem. Wenn das optisch schlecht aussieht, soll er den Rest drucken. Bin ich schon böse auf die Nase gefallen, weil das fast meinen ganzen Drucker zerstört hätte, weil sich in dem Bereich natürlich dann filamentfrei sozusagen im leeren Raum gedruckt wurde und es hat dafür gesorgt, dass dieser Filamentfaden, ich weiß es nicht, dass es über Nacht passiert, sich in meinen Hotend-Lüfter, der das Hotend kühlt, reingesetzt hat. Der Lüfter ist dadurch angehalten, das Hotend-Lüfter ist. Es gab einen Glock und sozusagen mir ist mein Hotend weggeschmolzen, weil bei dem Woron das Hotend ja aus Plastik ist und wenn dein Hotend auf fröhlich sechs Stunden lang 240 Grad hitzt und die Wärme nicht abgeführt wird, dann gibt irgendwann einen Teil nach und das ist meistens die Aufnahme von dem Hotend zur Aufnahme. Richtig. Wobei ich auch da sagen muss, da wissen wir mittlerweile auch, dass es da eine Sicherung gibt. Das heißt also, dass der dann entsprechend, wenn der Lüfter nicht mehr reagiert, kann man das entsprechend steuern, dass er dann automatisch stoppt und anhält. Oder eine Crash Detection, wie es Prusa verbaut, gibt es auch mittlerweile Einstellermöglichkeiten. Aber das habe ich bei mir auch schon gehabt und zwar in einer etwas anderen Form und zwar hat er dann auf der Stelle, wo er dann das Teil, ich habe es zum Glück gemerkt, aber an der Stelle, wo er das, wie es ist, dann nicht die Haftung hatte, hat er dann angefangen zu drucken, hat das dann aufgesammelt immer ein bisschen mit und am Schluss hatte ich irgendwie so einen riesen Plumpen unten am Hotend gehabt. Das ist natürlich auch unschön, vor allen Dingen, wenn man das dann zu spät bemerkt, so nach einer halben Stunde oder aus der Richtung und schon so ein bisschen Material drangesammelt hat. Das wieder sauber zu bekommen, ist auch ein Krampf. Das sieht man ja einige Fotos im Internet, wo sich sozusagen so ein Fropfen dann in das Hotend gebildet hat und bei den Billigdruckern, wo die Heizpatrone, die so ein Volcano-Hotend haben, das ist ein ganz einfaches, für die Anfänger, ein ganz einfaches Hotend, wo der Thermistor, sozusagen der Temperaturmesser und die Heizpatrone, die das Hotend aufheizt, an die Seite eingeschoben sind, kann das ganz schnell das Plastik dafür sorgen, dass, wenn der Hersteller da bei der Qualitätssicherung nicht darauf achtet, dass sich die beiden Kabel berühren und die meisten Anfänger, Drucker haben da keine Kurzschlusssicherung in ihren Komponenten und dann zerstört man sich sofort sein Mainboard und darf sich ein neues kaufen, sein Heizkabel kurz geschlossen hat. Richtig, oder im schlimmsten Fall hat man Kabelbrand, weil da halt das Netzteil nicht schließt, ja, oder das Netzteil nicht ausgeht. Genau, das ist halt, das sind dann halt die Bilder, die man dann öfters mal, oder was heißt öfters mal, früher war es ziemlich oft, mittlerweile nicht mehr so oft, aber dass man halt mal ab und an sieht, da ist ein Druck an Flammen aufgegangen, halt sprichwörtlich. Da kann ich mich noch an Bilder von damals erinnern, ja. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den man Anfängern wirklich an die Hand geben sollte. Ja, es gibt Möglichkeiten, auch von außen auf seine Druckerkamera zuzugreifen, um den zu schauen. Wenn ihr Anfänger seid und euren Drucker sozusagen jetzt noch nicht in- und auswendig kennt, auch wenn er vermeintlich sicher ist mit einem namenhaften Hersteller, auch schon das Drucken über Nacht, da druckt euer Drucker sechs Stunden lang. Das ist eine Maschine, die den Befehl einfach abarbeitet und der Maschine ist das vollkommen egal oder der Software, die dahinter arbeitet, ab jetzt sich ein Motor von euch verabschiedet hat und das Hotend die ganze Zeit jetzt schon irgendwo hinten in der Ecke gegen den Rahmen sich bewegt. Nutzt die ersten Wochen und Monate, bis ihr euch sicher fühlt, nur wenn ihr in dem Raum seid, wo ihr druckt oder wo ihr sozusagen wach, schnell Zugriff habt, wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche hört. Druck mit offener Tür, wenn es im Arbeitszimmer ist, weil dann hört ihr, wenn der Druckkopf irgendwelche Geräusche oder der Drucker irgendwelche komische Geräusche gibt, könnt ihr schnell nachschauen. Das könnt ihr nicht machen, wenn ihr schlaft, auch wenn ihr sagt oder wenn das Problem ist, ja, ich bin arbeiten, ich habe nachmittags nur wenig Zeit, maximal vier Stunden am Wochenende, vielleicht Familie. Ich will aber gerne mal so einen Acht-Stunden-Druck gerne machen. Es ist risikohaft. Wenn ihr das wirklich machen wollt, weil ihr den Hang zum Risiko habt, bitte nehmt euch ein Feuermelder und setzt den über euren Drucker, so dass im schlimmsten Falle, wenn da irgendwas passieren sollte, ihr wenigstens aus dem Schlaf gerissen wärt und dann noch das Schlimmste vermeiden könnt, weil es gibt Filamente, die brennen nicht, die glimmen nur, aber ihr könnt euch ja mal überlegen, was ihr, wenn ihr im Arbeitszimmer einen 3D-Drucker habt, was ihr daneben stehen habt. Vielleicht habt ihr eine Flasche Isopropanol oder eine Flasche mit dem 3D-Drucklack, wo natürlich auch Gas ist, damit ihr die Deo-Flasche sozusagen nutzen könnt. Im schlimmsten Fall habt ihr drunter noch Holzschränke oder irgendwelche anderen Materialien, die leicht brennbar sind. Das kann ganz schnell böse werden, wenn ihr schlaft. Also ein Tipp, den ich nur empfehlen kann, ich meine, ich habe hier im Studio natürlich einen schönen CO2-Feuerlöcher stehen. Ich druck auch eigentlich überwiegend nur über Nacht ganz selten. Wirklich ganz selten. Also mache ich mittlerweile gar nicht mehr so oft. Erstens, weil das Haus ja bei uns so hellhörig ist und zweitens, weil ich sage, okay, ich traue den Dingern halt nicht. Egal, ob es jetzt ein selbstgebauter oder ein fertiger ist, ja. Weil ich da immer ein schlechtes Gewissen bei habe. Und wenn ich mit einem Drucker länger drucken muss oder den unbeaufsichtigt lasse, sage ich mal so, man kann ja auch mal auf Toilette gehen, es kann was passieren, ja. Dann habe ich das nur bei Druckern, wo ich auch eine mittlerweile, egal bei welchem System das jetzt ist, eine Überwachung drin habe. Nicht über die, also klar über die Kamera, aber eine Automatisierung drin habe und die hat mir schon echt öfters mal den Hintern gerettet. Jetzt nicht im Sinne von, dass der Drucker in Flammen aufgegangen ist und der abgeschaltet hat, sondern, dass der einfach einen Druck abgebrochen hat, schon frühzeitig, weil er erkannt hat, ey, pass mal auf, da entwickelt sich ein Wollknäuel, also eine Spaghetti Wolle sozusagen auf dem Druckbett. Das ist die sogenannte AI Detection, also künstliche Intelligenz, die dann merkt, ey, da löst sich was vom Druckbett ab. Und das bieten Anbieter wie zum Beispiel mal Obico oder Octo Everywhere an. Obico kann man auch, da werde ich demnächst auch nochmal ein Video machen, natürlich auch lokal bei sich irgendwo auf dem Rechner hosten, wo man dann entsprechend diese Überwachung laufen lassen kann. Inwiefern das alles möglich ist, wenn man es lokal laufen lassen kann, weiß ich noch nicht ganz genau, das werde ich nochmal rausfinden in den nächsten Tagen. Aber das ist schon mal ein Mittel dagegen. Das andere ist, man steht halt nicht immer da und kann den Feuerlöcher bedienen und den Drucker löschen. Das ist zwar eine schöne Lösung und auch eine sichere Lösung mit so einem CO2-Feuerlöcher, den ihr definitiv haben solltet, wenn so ein Drucker da steht. Aber zur Not, sag ich mal, tut es auch einfach ein Feuerlöschball. Und der Feuerlöschball funktioniert so, den hängt ihr einfach über eurem Drucker auf und sobald der entsprechend mit Flammen in Berührung kommt, explodiert der halt und dann wird überall Feuerlöschpulver verstreut. Das ist zwar nicht gut für die Elektronik im Raum, aber es ist besser, dass die Elektronik im Raum über den Jordan geht, sag ich mal so, statt dass ihr halt entsprechend die ganze Bude neu bauen müsst und ihr vielleicht selbst da irgendwie mit, äh, wirst du es mitten in den Flammen wach werdet. Um Gottes Willen hoffentlich nicht, aber ja. Aber das kann natürlich alles passieren, da kann man sich natürlich auch entsprechend versuchen, so gut es geht, dagegen abzusichern. Und ich kenne genug Leute, die sagen, ja, ich hab so ein Feuerlöschball einfach über dem Drucker hängen, ja. Wird im neuen Studio bei uns auch noch kommen, im Regal, da wird über jedem Drucker dann nochmal so ein Feuerlöschball aufgehangen werden. Einfach, dass man da nochmal so eine Art Plan B hat. Das Feuerlöschpulver kriecht zwar in jede Ecke rein und ist auch entsprechend für elektrische Geräte dann in der Umgebung von, keine Ahnung, x Metern halt gefährlich. Aber besser das als halt entsprechend, wie gesagt, als das alles abbrennt. Ja. Und man muss da vielleicht ergänzen, vielleicht ist da mein Sicherheitsbedürfnis einfach höher als bei der Normalperson. Insbesondere, wenn ihr euch euren Drucker selber gebaut habt. Das hat kein Ingenieur irgendwie abgenommen. Ihr braucht ja mindestens eine Quelle von Netzspannung, die in dem Drucker verteilt wird und wenn der Rest dann auch Niederspannung 12 oder 14 Volt ist. Wenn doch im schlimmsten Falle, man will es nicht hoffen, da ein Brand entsteht, denkt ihr vielleicht, ja, ich habe eine Versicherung abgeschlossen, die bezahlt das schon. Ich gehe davon aus, dass das kritisch werden wird, wenn euch die Versicherung nachweist, dass ihr euch irgend so ein selbstgebautes Gerät ohne elektronische Abnahme dort reingestellt habt. Da könnt ihr abgesichert sein, finanziell, versicherungstechnisch, wie ihr wollt. Die wird euch vielleicht grobe Fahrlässigkeit unterstellen, dass ihr das Ding in Betrieb genommen habt und dann habt ihr den Schaden, wenn ihr in einer Mietwohnung seid, nicht nur euren eigenen, sondern vielleicht, weil es nicht euer Eigentum ist, sozusagen noch anderen Schaden zu ersetzen. Und da sollte man am Anfang, wenn man noch Anfänger ist, das Risiko nicht eingehen und im Zweifel einfach erst mal mit kleinen Objekten anfangen oder einen Drucker haben, wie du gerade schon gesagt hattest, der durch verschiedene Sicherheitsvorrichtungen das erkennt. Sei es entweder, dass der Filamentfluss überwacht wird oder sei es, dass sozusagen die Motoren nicht an dem Punkt sind oder das Toolhead, wo es sein soll oder wie auch mit der Spaghetti Detection, dass sozusagen Fehler, die für ein Problem sorgen können, direkt zu einem Abbruch des Druckes sorgen, weil ansonsten Billighersteller oder auch Clipper oder Marlin, denen ist egal, was passiert, die Befehle beführen stumpf die Befehle aus, die in dem G-Code drinstehen, egal, ob die in der Wahrheit so ausgeführt werden oder nicht. Nochmal eine Sache zu dem Fehlerbild, was du eben genannt hast, weil bei dir das heute dann weggeschmolzen ist. Im Grunde genommen, was da passiert ist, ist ja, also im Fachbereich nennt man das, der Fachbegriff dafür ist Heat Creep, in dem Sinne. Und ein Heat Creep ist im Prinzip, dass die Hitze, die unten in der Düse durch den Heizblock entsteht, durch den, durch die Heizkartusche, die versucht natürlich, weil das Filament wird über ein Röhrchen quasi nach unten geführt und es wird irgendwo versucht, die Hitze zu unterbrechen, dass die halt nicht nach oben wandert. Das heißt also, man hat eine Kühlgerippe und hat auf dem Kühlgerippe nochmal einen Lüfter sitzen und dann erreicht man es, dass quasi dadurch die Hitze, dass es nicht nach oben wandert, damit das Material nicht zu früh sich verflüssigt. Und das kann natürlich auch, wenn das sich zu früh verflüssigt, dazu führen, dass dann der Extruder halt nicht mehr mit der Förderung hinterherkommt, sich quasi das komplette Teil verstopft, statt nur vorne die Düse. Und das möchte man natürlich verhindern. Und in deinem Fall war es jetzt so, dass der Lüfter ausgefallen ist. Das heißt also, der hat dann halt entsprechend da Hitze reingepumpt, das hat sich immer weiter nach oben verwickelt. Das hat natürlich dann die ganze Halterung weggeschmolzen. Im besten Falle kann es natürlich passieren, wenn die Halterung noch aus, was weiß ich, aus Alu ist oder aus Edelstahl oder so in Richtung, dass dann halt das komplette Hotend entsprechend verstopft wird mit Material. Und dann habt ihr halt echt Party, weil gerade bei diesen neuen Hotends, egal welcher Hersteller, die ich jetzt so gesehen habe, die ich jetzt hier so im Studio stehen habe, die haben alle eine Düse und an der Düse schon direkt das Röhrchen zum Zuführen. Also dieses Heatbreak sozusagen direkt dran, die Heatpipe. Und das ist halt, muss ich sagen, finde ich kritisch, habe ich beim Prusa MK4 kritisiert, weil wenn dann mal das Material zu früh flüssig wird, kriegst du es nicht mehr raus, dann musst du das komplette Teil austauschen. Das gleiche bei Bamboo, das gleiche bei Creality mit den neuen Hotends. Bin ich kein Fan von. Ich würde mich freuen, wenn da die Hersteller nochmal sich besinnen würden, dass man einfach nur die Düse austauscht, das Röhrchen sauber machen kann und fertig. Und das ist natürlich auch ein Fehler, den man sich, naja, den man sucht ohne Ende, den man vielleicht sogar nicht erstmal findet. Durch dieses kombinierte Bauteil. Es hat ja Revo, also es gibt Hotends von der Serie Revo, da hat man dafür entschieden, weil es doch Probleme gab, bei Einsteigern Düse, also Nozzle und Heatbreak ordentlich zusammenzuführen, hat man entschieden, das in einem Bauteil anzubauen. Ist natürlich von Preis her teurer, weil mit einer neuen Nozzle braucht man immer das neue Heatbreak und man hat das Problem der Reinigung, wenn es halt wirklich mal verstopfen sollte. Für die, die noch ein getrenntes Hotend haben, das heißt das Heatbreak, was sozusagen die Wärmeübertragung verhindern soll, deswegen auch Heatbreak und die Düse, da muss man aufpassen, einerseits die nicht kalt abzuschrauben, da preist euch mal gerne die Nozzle ab, wenn ihr die mit einem Maulschlüssel da und Drehmomentschlüssel abmacht und ihr müsst die aufgeheizt auch gegen kontern, also sozusagen die Nozzle an das Heatbreak schrauben, weil ansonsten kann es passieren, das sieht man bei vielen Drucken, wenn da so eine schwarzen Blobs sind, dann setzt sich in den Spalt zwischen Heatbreak und Nozzle ein bisschen Filament ab, das sammelt sich dort, irgendwann wird das vielleicht durch den Filamentfluss mit durchgezogen, dann habt ihr verbranntes Filament, im Zweifel wandert das Filament dann sozusagen über das Gewinde der Nozzle nach außen und ihr habt dann sozusagen so Rückstände an eurer Nozzle, da müsst ihr dabei aufpassen, wenn ihr das gegen kontert, es kann unter Umständen sein, wenn ihr das Heatbreak noch beliebig weit in euren Heizblock reindrehen könnt, dass es nicht genug reingedreht ist, das heißt, dass ihr mit eurer Nozzle schon am Anschlag seid und das Heatbreak immer noch nicht verbunden habt, da müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr mit eurem Drehmomentschlüssel oder mit eurem Maulschlüssel die Nozzle sozusagen fest angezogen habt, dass noch ein kleiner Spalt zwischen Heizblock, das ist das, das quadratische Teil an dem Hotend und der Nozzle verbleibt, damit ihr wisst, okay, ich bin hier am Anschlag von Heatbreak und nicht am Anschlag von dem Heizblock. Das ist so ein Fehler, der gerne gemacht wird von Anfängern, weil man als Anfänger den Tipp bekommt, ja, die Düse vom Hersteller ist der letzte Scheiß, sie kostet nur fünf Cent, kauft ihr eine Markennossel, da hast du viel bessere Druckqualität, stimmt meistens auch, aber man erklärt den Personen dann meistens nicht, auf was zu achten müssen, wenn sie diese diese Nozzle austauschen müssen, im schlimmsten Falle kalt versucht rauszudrehen, das brischt sozusagen, der Düsenkopf brischt ab, das Gewinde verbleibt in eurem Heizblock und dann könnt ihr euch einen komplett neuen Heizblock kaufen. Ja, da gibt's, ihr merkt schon, es gibt Fehlerquellen ohne Ende, wir wollen euch auch hier keine Angst machen, im Gegenteil, wir wollen euch ermutigen, entsprechend zu drucken, habt da also keine Angst zu experimentieren, aber arbeitet euch Schritt für Schritt einfach an das Thema ran und ich denke, wir könnten quasi noch drei Tage diskutieren, was wir alle schon an Erfahrungen gemacht haben und wo wir Probleme gefunden haben, wie wir sie gelöst haben, denn es gibt für alle Probleme, die man beim 3D-Druck hat, irgendwie immer eine Lösung. Das ist das Schöne am 3D-Druck, dass man dort in der Hinsicht sich so weiterhelfen kann, dass einem die Community auch so weit bisher, was ich so an Erfahrungen gemacht habe, immer weitergeholfen hat, egal ob es jetzt für den Voron, VZ-Bot oder sonst was war. Gibt's noch irgendetwas, was wir nochmal den Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben können, was ganz wichtig ist, wo sie starten sollen, bevor sie starten sollen, was absolut essenziell ist, damit die überhaupt loslegen können. Also die Kanäle von euch und von uns auf jeden Fall abonnieren. Ich denke, wenn wir jetzt weiter, wir hatten ja uns überlegt für Einsteiger hier den Podcast oder die Folge zu machen. Man sieht, jetzt ist man schon über eine Stunde und man hat noch nicht alle Themen besprochen. Man kann noch viel darüber erzählen. Ich würde auch vorschlagen, schaut euch am Anfang Videos erstmal an. Vielleicht habt ihr im Bekanntenkreis jemanden, der einen Drucker hat, der euch das vielleicht auch mal erklären kann über einen Tag. Wenn ihr euch selber herantraut, kauft euch einen Drucker, der vielleicht auf verschiedenen YouTube-Kanälen werden ja auch die Drucker vorgestellt. Vor und Nachteil, es gibt große deutsche Kanäle, die sich die Drucker anschauen. Sucht euch vielleicht einen aus, der dort halbwegs positiv wegkommt, damit ihr euch sozusagen nicht ein Montagsmodell von dem Hersteller erwischt und tastet euch Stück für Stück ran. Es ist einfacher geworden in den letzten Jahren im Vergleich zu den letzten Jahren, aber man überspringt einige Schritte, durch die man mit viel Leiden in den letzten Jahren durch muss. Aber ich denke, wenn ihr an dem Punkt seid, ihr habt ein Problem mit eurem Drucker, gibt es mindestens schon zehn Leute, die vor euch das Problem hatten. Zwei haben das Problem schon gelöst und wenn ihr Glück habt, hat einer das Problem oder die Lösung irgendwo gepostet, ein Video erstellt. Wenn ihr nichts dazu findet, gibt es ja unsere Discords oder unsere YouTube-Kanäle, da können wir das jederzeit mal aufgreifen, wenn das irgendwie ein Problem ist, was wir immer wieder hören. So machen wir das auch, wenn wir feststellen, dass die zehnte Person mit der gleichen Frage machen wir ein kurzes Video daraus, damit es einfach sozusagen für die Nachwelt erhalten bleibt und irgendwann die wichtigsten Fehler alle mal dargestellt sind. Was bei uns natürlich aber das Schwierige ist, die 3D-Druckwelt ist stark im Wandel. Das heißt, ihr solltet darauf achten, vielleicht, wenn ihr ein Problemlösungsvideo seht, schaut mal, wann das Video gepostet wurde. Die Firmware oder die Betriebssysteme im Hintergrund sind sehr stark in Änderungen unterzogen. Es kann sein, dass das Video, was ihr euch anschaut, schon so weit ab ist von der aktuellen Software, dass euch das nichts bringt. Und man kann zurzeit sagen, Videos, die über zwei Jahre alt sind, da ist so ein Sprung, da wird es schwierig, wenn es um 3D-Druckmodelle oder so etwas geht. Da kann man auch alte Videos anschauen. Aber wenn es jetzt um Software-Einrichtungen geht und irgendwelche Error-Codes, wird es schwierig, solche alten Videos noch als Grundlage zu nutzen. Da ist gerade so viel im letzten Jahr eigentlich an sich passiert, wo sich was verändert hat. Entsprechend auch alleine jetzt schon mal innerhalb einer Generation an Druckern teilweise schon oder innerhalb von zwei Generationen an Druckern schon so viel passiert, dass ich sogar sagen würde, zum Teil je nach Hersteller innerhalb von halbem Jahr bis ein Jahr, wo sich das schon verändert hat. Und da spreche ich jetzt nicht von Bambu, sondern eher auch von Creality. Also wenn ich mir jetzt angucke, der Creality K1, der K1C und der Enter3 V3, die sehen zwar alle gleich aus, haben auch alle eigentlich die gleiche Basis, aber sind von der Software her und von der Bedienung her teilweise dann schon, so wie sie ausgeliefert werden, so komplett unterschiedlich, auch mechanisch, dass innerhalb von einem halben Jahr nicht mal, ja, das ist, dass man da halt darauf achten sollte. Wir kriegen auch öfters die Frage so, Moment, aber das ist doch gar nicht mehr so, das ist noch gar nicht so lange her, das Video. Und dann denke ich mir, stimmt, das haben sie mittlerweile schon gepatcht, ja, weil einfach die Hersteller auch viel, viel mehr patchen und weil sich da wirklich die Community unheimlich viel weiter entwickelt. Und das Ganze nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Das merken wir halt auch, dass da regelrecht Zufluss ist, richtig großer Zufluss ist. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Vielen, vielen lieben Dank, Steven, für deine Zeit. Dankeschön. Es war unheimlich interessant. Wir können ja auch mal gucken, dass wir vielleicht mal irgendwie so eine Art, ja, jetzt nicht Livestream, aber auf den beiden Discords vielleicht zusammen so eine Art Talk machen, wo die Leute mal ihre Fragen stellen können zum Thema 3D-Druck. Das wird da mal sowas machen. Das wäre, glaube ich, auch mal interessant, wenn das Thema dann überhaupt gefragt ist bei den Leuten. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster raus. Keine Ahnung. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt noch mehr Informationen wollt, dann würde ich sagen, abonniert erst mal den Kanal vom Cryteam. Abonniert den Kanal hier Make-O-Rama. Lasst ein Däumchen da. Däumchen wäre ein Däumchen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschau. Tschüss. Tschüss.